Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Damit ein Kunstwerk die perfekte Gestalt bekommt, braucht es Erfahrung, Leidenschaft und handwerkliches Geschick. All das und noch viel mehr bietet die Kunstgießerei Kaiser in Düsseldorf. Im beeindruckenden Leistungsspektrum der Fachwerkstätte finden sich neben der Formerei im traditionellen Handformverfahren und Wachsausschmelzverfahren auch Modellbau, ziselieren sowie die Montage und Restauration von Skulpturen. Außerdem ist das Team für erstklassige Oberflächengestaltung bekannt. Ob Gießarbeiten mit Bronze, Aluminium und Stahl oder Schweiß, Polier- und Lackieraufträge, Rolf Kaiser verwirklicht künstlerische Ideen. Gemeinsam mit seinen talentierten Mitarbeitern steht er für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Künstler aus der ganzen Welt lassen hier ihre Modelle gießen und bis zur Ausstellungsreife bearbeiten. Zahlreiche Werke der Profis wurden sogar international prämiert. Kunstgießerei Kaiser – Ihr Spezialist für kreative Lösungen.